Norddeutscher Rundfunk 2021 Hast du Lütz zu platzen? Welche Hausnummer? Keine Ahnung, ich zeige ihn wo. Okay. Da links, Wichmannstraße. Ich kann hier nur geradeaus. Ich dreh da vorne um und dann fahr ich zurück. Okay. Fenster auf, bitte. Ich bin erkältet. Da links in die Einfahrt. Ja, da fahr ich nicht rein, muss ich rein. Immer voll Geld her! Geld her! Das sind die großen Scheine, die hast du woanders. Ich weiß, die versteckt die immer. Das ist alles. Willst du mich sauschen? Sehst du dumm aus? Ich hab wirklich nichts mehr. Ich lass mich nicht fahr! Fahr Wichmannstraße! Nein! Vor weiter los Richtung Straße! Fahr Wichmannstraße! Nein, nein. Wenn du ein Hund von uns überfährst! Stechst du dich ab! Vielen Dank.